Was sind CFDs und Forex eigentlich und wo liegen die Unterschiede? CFDs, also Contract for Differences, sind Differenzgeschäfte. Wie der Name schon sagt, bestimmt die Differenz zwischen Ein- und Ausstieg in den Kurs über die Höhe ihres Profits. Wie auch der Forexmarkt gehören CFDs zu den gehebelten Produkten. Somit eignen sich CFDs besonders für kurze Investments, beispielsweise für das Day- oder Swing-Trading. Bei diversen CFD-Brokern können so ziemlich alle Basiswerte, auch Assets genannt, wie Aktien, Rohstoffe, Währungspaare und Indizes gehandelt werden. Wenn Sie also CFDs auf den Goldkurs handeln, dann ist der Basiswert der Goldkurs. Handeln Sie CFDs auf eine Google-Aktie, dann ist der Basiskurs der Kurs der Google-Aktie. Immer 1 zu 1. Am Anfang ist es wichtig zu verstehen, dass Sie bei CFDs, anders als beim Handeln mit Wertpapieren, kein Asset erwerben. Es wird also kein echter Sachwert im Depot einer Bank eingelagert. Vielmehr gehen Sie als Trader eine Art Wette auf die Entwicklung des Kurses ein. Dabei können Sie sowohl auf steigende Kurse Long als auch auf fallende Kurse Short setzen und von diesem gleichermaßen profitieren. Gerade für Anfänger ist dieser Aspekt anfangs etwas verwirrend. Sie können bei Ihrem Broker beispielsweise bei einem Asset auf Verkaufen klicken, obwohl Sie ja noch gar nichts besitzen, was Sie verkaufen können. Das sind die sogenannten Leerverkäufe. Verkaufen bedeutet also nur, dass Sie auf den fallenden Kurs setzen. Wenn Sie sich hingegen für die Kaufenoptionen entscheiden, spekulieren Sie darauf, dass der Kurs sich positiv entwickelt. Sie kaufen oder verkaufen also nicht wirklich etwas. Einer der großen Vorteile beim Handeln mit CFDs ist, dass der Broker Ihnen einen Hebel zur Verfügung stellt. Das bedeutet, dass Sie mit einem relativ geringen Einsatz an Eigenkapital bereits hohe Volumina traden können. Sie können also mit gleichem Kapital mehr CFDs von einer Aktie kaufen, als wenn Sie dieselbe Aktie herkömmlich in Ihr Depot einkaufen. Den fehlenden Geldbetrag, der dafür nötig wäre, stellt Ihnen der Broker aus Fremdkapital gegen eine Sicherheitshinterlegung, die Margin, zur Verfügung. Je nachdem, mit welcher Margin Sie handeln, haben Sie einen höheren oder niedrigeren Hebel zur Verfügung. Hierzu ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie möchten eine Aktie von Facebook mit 1000 Euro handeln und tun das mit einer Margin von 1%. Dann haben Sie einen Hebel von 100 und bewegen ein Volumen von 100.000 Euro. Bei einer Margin von 5% hätten Sie einen Hebel von 20 und würden 20.000 Euro bewegen. Je höher also die Margin, desto kleiner der Hebel und das Handelsvolumen. Es ist also möglich, mit relativ geringem Eigenkapital hohe Gewinne einzustreichen. Ebenso ist es natürlich auch möglich, dass sich der Kurs negativ entwickelt und Sie sehr hohe Verluste hinnehmen. Darum ist es auch so wichtig, dass Sie sich strikt an die Regeln des Risiko- und Moneymanagements halten, das wir in einem Extrakapitel noch ausführlich behandeln werden. Im Forex-Bereich ist das Ganze sehr, sehr ähnlich. Hier handeln wir auch mit einem Hebel. Wir haben beim Forex jedoch keine CFDs. Ich habe ja gesagt, dass CFDs sich immer auf den Basiswert beziehen, also Gold, Silber, den DAX oder eine Aktie. Im Forex haben wir aber keinen einzelnen Basiswert, sondern immer ein Währungspaar. Beispielsweise den Euro gegen den US-Dollar. Die Preisentwicklung hängt also davon ab, wie die zwei Kurse sich zueinander entwickeln. Der Forex-Markt eignet sich genau wie CFDs sehr gut für Anfänger. Und das, obwohl die meisten Anfänger angesichts der Kursdarstellung häufig erstmal abgeschreckt sind. Schauen wir uns als Beispiel mal den Euro-US-Dollar an. Und dann sieht der Kurs aufgrund der vielen Nachkommastellen erst einmal sehr befremdlich aus. Vor allem, wenn man dann noch sieht, wie sich die Nachkommastellen im Sekundentakt ändern. Eigentlich ist es aber gar nicht so schwer. Die kleinste Einheit im Forex heißt Pip und bezieht sich immer auf die vierte Nachkommastelle. Manchmal gibt es auch noch eine fünfte Nachkommastelle, die Pipette. Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, das unglaublich hohe Volumen, das dort herrscht. Es gibt also viel Bewegung, von dem wir profitieren können. Vor allem dann, wenn sich die europäischen und die amerikanischen Handelszeiten überschneiden, ist besonders viel Bewegung im Markt. Wann die besten Handelszeiten ganz genau sind, dazu gibt es in dieser Ausbildung auch noch ein Extrakapitel. Ein weiterer Vorteil beim Forex-Markt ist, dass dieser von Montag bis Freitag 24 Stunden pro Tag geöffnet hat. Es gibt also kein klassisches Opening wie bei anderen Märkten, außer am Sonntagabend, wenn in Asien der Handel beginnt. Außerdem ist der Forex-Markt nicht so volatil wie andere Märkte, beispielsweise der DAX, wo es häufiger ja mal sehr große Kursschwankungen gibt. Dann haben wir im Forex-Markt sehr, sehr günstige Spreads, also Trading-Gebühren. Forex ist das günstigste, was Sie von den Trading-Gebühren her traden können. Und es gibt sehr gute und einfache Strategien, die wir Ihnen natürlich noch vorstellen werden. Sie sehen also schon, dass der Forex-Markt eine Menge Vorteile gerade für Anfänger bietet. Sie sollten sich jedoch selbstverständlich erst einmal im Demokonto austoben, bevor Sie sich in das Live-Konto wagen. Aber alles Schritt für Schritt nacheinander. Vielen Dank.